so wir verlassen amsterdam und jetzt ist der 9.4 22 51 aber wir sind schon eine weile auf dem weg eine kurze weile ich bin so froh ich habe jetzt geduscht mir geht es jetzt gut schön heiß machst du auch noch noch bisschen bis sie noch ein bisschen beschäftigt und ich habe jetzt auch noch was zu tun deswegen good night good night die anna katharina hat uns überholt hashtag it spiegelei hashtag spiegelei juhu nein merken jetzt habe ich es wie man es ausspricht nein merken nein merken sieht man von hier nicht gut aber da ist das labyrinth probieren wir heute mal aus morgen morgen und gleich wieder panorama lounge ist noch ganz leer panorama lounge ist noch ganz leer ich bin von gestern nur so platt aber sonst aber sehr viele leute sind nicht dabei glaube ich bis jetzt mal schauen mal gucken ja weil in drei oder vier minuten startet unsere tour nein eigentlich um 9.30 jetzt ist 9 uhr 11 oder so das heißt treffpunkt ist 9 uhr 15 und irgendwie sind noch nicht so viele leute da vielleicht ist das eine mini führung wenn jemand schon mal hier war kann der auch auf eigene faust gucken genau hinter mir ist jetzt das labyrinth wenn du es können wir auch schon gucken gehen aber wenn du es können wir schon gucken gehen aber die einteilung und so weiter ist dann ja auch gleich was war das noch die info heute gibt es wird das schiff neu überladen ja mit neuem essen mit güter mit essen wir können auch schon raus gehen und ein paar bilder machen wenn du willst aber heute haben wir ein bisschen mehr zeit die tour geht oder die führung geht anderthalb stunden und wir müssen 15 uhr wann müssen wir wieder hier sein 15 uhr und dann hat man hat man halt bis dahin noch freizeit da kann man dann auch noch mal selber gucken spätestens dann machen wir ein bisschen platt heute was war voll schön aber es war halt so viel also es war so stürmisch stürmisch und nass und kalt deswegen was mittags wohl anstrengend abends war es dann wieder ok da ist das labyrinth und guck mal das habe ich jetzt noch gar nicht richtig gesehen ja ja wir gehören nicht dazu nicht wir gehören nicht dazu wir gehören nicht dazu wir gehören nicht dazu wir gehören nicht dazu ja wir gehen guten morgen wir sind hier richtig also Kanal 9 war gestern schon auf der 9 so schnell muss noch auf dein Tor ja da werden wir beladen ja da werden wir beladen komm jetzt wieder nein mehr hin ja doch mal dann hört man wahrscheinlich wieder nix ich erzähle vielleicht ein bisschen was aber alles kann ich nicht tun bis zu eins übersetzen aber da ist die ganze Wasserpalette steht da vorne ja hier wird Futter getankt für so viel für 170 Gäste und Crew natürlich ja jetzt wird es mal ruhig das war gestern schon hektisch manchmal am Schluss nicht mehr aber jetzt kommt sogar wieder ein bisschen Sonne raus die Mannschaft okay die Mannschaft Ich dachte, da ist doch irgendwas Interessantes. Da ist ein lila Haus. Da habe ich gerade ein Foto gemacht. Er hat gedacht, ich nehme dieses Ding da. Hast du? Bestimmt. Es wird wieder ein Walking Video. Ein Walk. Walk through my meeting. Was hast du gesagt? Hast du eben was gesagt? Ich habe mir gedacht, irgendwie einfach so. Unsere Gruppe ist die älteste Stadt. Die älteste Stadt der Niederlanden. Die älteste Stadt von was? Niederlande. Die älteste Stadt der Niederlande. Wegen den Römern. Der Spaziergang geht los. Die müssen so viel schleppen jetzt. Getränke, Flaschen. Muss alles weg jetzt. Retour, Meer. Jetzt haben wir wieder Sonne. Gott sei Dank. Pillar check-in, Kado. Alles check-in, alles. Heimann. Guck mal. Links. Spiegelfie. Spiegelfie. Das ist eine Sportliche Runde. Und das kann man natürlich nicht machen. Dann haben wir hier das Mauer gebaut. Und die Einzütteln, die wir dann abgeschlossen haben, also von Höhen aus gewarnt wurden. Und die haben dann immer angerufen und gesagt, bei uns ist es jetzt zum Beispiel vier Meter hoch. Und innerhalb eines Stunden bei ihnen. Und dann haben wir uns... Gibt es deine Hand rein, oder? Kannst du es? Und ich will das erklären, wie wir das gemacht haben. Jetzt sind wir am Rhein, dicht am Rhein. Das kann ich so sagen. Wenn der Rhein in unser Land reinkommt, bei Nobeat, das ist hier so 50 Kilometer nach dem Osten, dann trennt der Rhein sich. Dann hast du die Länge. Und der Rhein strömt dann als Rhein weiter an das Eckland. Anheim liegt 20 Kilometer nach dem Norden. Da wollten wir eigentlich hin. Stimmt. Anheim. 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 Und der Rhein zu Anheim ist ein paar Räume. Hier. Hier haben wir noch das energische Einfluss. Das war das energische Einfluss, denn dann fahren wir auf die Straße. Auf den Zeit, der Räume. Das war ein paar Fahrt. Und das ging schon hoch. Die Räume stehen natürlich mit Pferde und Puchselkotorn, Aber auch ein Boot, der Reifen. Und dann haben Sie vor den Rufern, ich sehe, dass Sie da etwas besser haben, haben Sie da die Gäste. Leute, ist das noch so eine Hase für die Gäste? Die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste. Ich bin jetzt hier in der Klerkrank. Ich muss es doch nicht in Fahrräder. Wir waren in Amsterdam, in der Osten. Aber die Gäste sind die Fahrräder. Die sind die Klerkrank ein Auto. So, das waren wir ein Einfluss und werden dann so, wir waren dann aus Kölk, Wir haben hier rausgeholt, das ist Aluminium, jetzt mal einmal, und dann hat man Aluminium zugekend gesagt. Und dann hat man die Säde abgedichtet, wie man das schon im Mittelalter getan hat, um es abgedichtet, dass die Säde nicht in den Stamm sind. Und wenn es dann wieder trocken ist, kann man dann auch den Leid austraten. Man kann sich vorstellen, das nimmt so viel Zeit, wenn das Wasser wascht. Und dann in 1997 war das Wasser so hoch wie das blaue Licht, das blaue Licht da. Boah, bis zum blauen Schild. Und dann hat man die Basel gesagt, wir müssen etwas erfinden, dass wir ein süßiges Rohwasser aushalten können. Denn hier gibt es auch eine Flasche, die wir hier noch nicht sehen. Aber wenn wir oben sind, wir sehen uns dann auch aufmerksam machen. Es macht einen Ruf, die deutsche Lichter sind bei uns. Und dass es hier dann so hoch kommt, dass sie in eine Flasche erhalten. Wir haben das erfunden. Und das vor einigen Jahren und an die Überseite der Schild. Das ist auch noch nie mehr. Das ist nie mehr gekommen. Und dann haben wir dort ein paar Stufen Wasserwasschen zugefügt. Das war hier also eine wichtige Straß am Sandfaden. Wir haben hier gepflastert natürlich. Und dann hier wohnte dort die Kaufläuten auf dem Mittelalter. Und da sehen Sie auch in die verschiedenen Plasters, die im Mittelalter. Das hat man nur gebaut und gepflastert mit steigern, die vorhanden waren. Mit Handwerksläuten. Das waren reisende Brüder. Und die Handwerksläuten haben. Das ist ein paar Jahre dauerte. Wir sind am Ende der Altstadt, der Altstadt befindet sich. Ja, so. Sehen Sie, ein bisschen neue Luft. Das ist in den 80er Jahren. Erst dann war es so weit, dass die Behaltung der Gemeinde Abnacht und Geld machte für den Altstadt. Das war ja am Schub. Dann sind die Glocke, dann sind die Bühne. Viele Leute haben noch ganz wichtig. Die einzige Belösung, die Sie damals hatten, in den 80er Jahren. Wir haben uns immer vorgestellt, die Süßbüro auszulegen kam, in den 80er Jahren, also 100 Jahre später. Ja, das kennen wir. Und dann hat man auch große Gebäude. Und dann hat man auch große Gebäude. Und das nennt sich die Bühne. Die Bühne. Man hat die Gebäude. Die Bühne. Die Bühne. Die hier wohnen im Altstadt. Da hat man umgeschaut. Und die Leute. Das hat eine neue Zeit. Und inzwischen hat man dann hier schon wieder gebaut. Und das sehen Sie immer. In der Altstadt sehen Sie viele, äh, alle Häuser. Ja. Die sind alle verflügt gegangen. Und dann. Ja. 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 Da haben wir auch gerade gesehen. Ich habe gerade gesehen, das ist gut. Und hier ein Läserhäuser gebaut, aber doch nicht auf dem Augenblick. Mit dem Altstadt. Ja. Wir sehen, die Läser phase in der Zeitstraße. Das war die erste Straße die in die Nähe geplant wurde. Im Mittelalter. Ja, das ist das? Nebenwege. Dann können wir uns das aufstellen. Dann können wir uns das angucken. Und da kann ich davon erzählen. In der Altstadt macht man hier 40 Brauereien in der Altstadt, das war sehr, sehr viel. Das ist ein lustiges Volk, das kann ich mir glauben. Und das hier auch war eine Brauerei. Und schön im Renaissance-Stil gebaut, um zu hohen Fenstern oder Fenstern, Maueranker, um die Flur zusammenzuhalten. Und Sie sehen die Zeichen an der Wand, die sieht ein bisschen mysteriös aus. Man konnte vielleicht sagen, das sieht aus wie grüne Zeige. Ich finde das nicht ganz praktisch. Es war die Unterschrift des Brauers. Man konnte lesen oder schreiben. Wenn man hier etwas gekauft hat, bekam man einen Stampel. Kein beschriebenes Unterschrift, konnte sie nicht lesen. Jede Brauer hat seine eigene Stampel. Und diese Brauer hat so über die Tür einen Spruch gestellt, als er zum ersten Mal ein bisschen erneuert wurde. Das war im 1661. Das werde ich freilich übersetzen. Da steht, wer im Sinne des Herrn lebt, dann ist es gestatten, dass er einen trinkt. Für eine Brauere Wohnwahl. Auf schönen Monsen und Garage. Heute ist da etwas vom Agiv und von der Verwaltung hier. Hier sind so kleine Durchgänge, das ist alles noch original. Das heißt, die Durchgänge waren hier immer. Aber man hat das natürlich wiederhergestellt. In den 80er Jahren. Als die 5.000 Leute zurückkamen nach 5 Jahren, hat jeder ein kleines Heuschen bekommen. In Altstadt. Und ein kleines Stück ist Grund. Eine kleine Karte. Nicht größer wie eine Griffmarke. Aber doch. Ach ja. Eine Griffmarke. Sehr, sehr populär. So. Wenn Sie einen schönen Hebel fotografieren wollen, machen Sie Ihre Kamera so rein. Das kommt hier. Es ist gegen die Sonne rein. Das ist... Man kann vielleicht hier auf die Treppe gehen. Da sind Sie nach dem Schatten. Als Sie das hier fotografieren können. Aus dem Schatten hier ist das Hebel. Und achten Sie, dass diese Mauer einfach sein kann. Das können Sie nicht erklären. Ich gehe hier links hoch. Das ist die kleine Stürme. Dass Sie nicht tun können. Das kann man nicht probieren. Und da gucken wir an die Abloh. Und da sind Sie an dieser Seite. Sie sind genau einfach voller. Es ist unser Besinderhaus. Und das ist ein anderes Wort. Es ist ein altes Wort. In der Sprache für Zollbeamter. Hier wohnt der Zollbeamter. Hier wohnt der Zollbeamter. In der Zollbeamter. In der Zollbeamter. In der Zollbeamter. Und dann hat man unter anderem recht, um Zoll zu geben. Und wenn man dann an die Stadt reinkam. Sollte man bezahlen. Aber auch für die Produkte. Dann kam der Zollbeamter raus. Und da haben wir noch ein bisschen geschätzt. Und das liegt zu viel. Wie viel Geld. Und das geht dann so. Und deswegen lasst ihr die Zollbeamter. 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 Nichts. So war er gut sichtbar. Und die. Ich kann von der Mauer an erzählen. Wir hatten den Flur fest. Aber da ist etwas los. In diesem Haus. Der Flur schwägt. Der Flur ist nicht so gegen die Wand angebaut. sondern davon. Und hängt an Ketten. Und wenn man die Lücken sieht. Da hat man heiße Dampf gestoßen. Und so ist das die Wände entlang gekommen. Und so hat er sein Haus erwärmt. Und so hat er abgeschrieben von den Bömer. Und die waren immer beschäftigt. Um alles warm zu kriegen. Die Italiener. Und hier haben die kleine Zin. Das kleine Zin. Oder wie wir die genoemen. Das haben sie vielleicht auch. Auf der Zin. Auf sich. In Amsterdam. Nicht in Rot und Schwarz. Denn jede Stadt hat seine Farbe. Bei uns. In Nivega hat Rot und Schwarz. Und eine kleine Löwe. Das Zeichen heißt Denkmalschutz. Das konnte man dann sofort ausgeben. In die kleine Straße. Kleine. Aha. Da waren die Bordelle. Die Spülhäuser. Die Trinkmotorle. Die Mauer. Und das war natürlich. Gut. Es wird passiert hier. Das war ausgeschnitten. Da. Darum ist es als erstes verpasst. Da sind die Steine. Die Steine. Sie sehen das öfter. Wenn die Steine so am Meer. Gebaut wurden. Man hat den Hafen. Man muss sich melden. Bei den Hafenmeister. Bezahlen. Und sofort. Als man da in die Stadt reingeht. Weil da hat das Wirtel. Der leichte Zitter. Das war so. In Amsterdam. Rotterdam. Hamburg. Überall. Und auch. Auf kleine Strecke. Am Bus. Das ist Richtung. Portodam. Und. Da war das. Der. Ab den. Das ist Richtung. Ich kann dich nicht nur sehen. So. Wir sind hier auf dem Kai. Der Kai ist 4 Meter höher. als hier. Das hat nicht so was, so was zu tun. Die Wasserfahre hatten die Leute nicht mehr an ihre Flüge gemacht. Und das ist auch super. Und das ist sehr super. Und das ist sehr super. Und das ist auch super. Vogelmeere. Und das ist das Holland Casino. Und die Einwohner wollten gar kein Spielhaus. Und dann hat die Direktion des Casinos gesagt, wenn wir etwas finden, was die Mühe wert ist, dann werden wir das zeigen. Und das hat er in seinem Kufatfeder gemacht. Wir haben das gemacht. Wir haben eine kleine Mauer. Und das, wie ein Straßennetz. So ist ein anderer. Und man hat dadurch heiße Sachen gestoßen. Und so wurde der Boden erwärmt. Eine Wanne darauf. Und der hatte seine Wanne. Und das hatte er auch hier in seinem Kufatfeder getan. Es ist nicht so sensationell. So sehen wir kleine Mauerchen. Aber doch, es ist authentisch. Das ist immer dann hier. Michelle-Pester. Sie können ruhig hochgehen. Und dann so rundum. Und dann sehen Sie da das Hippokausen. Und da sind Spiegel gemacht. 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 Und da sind Sie gar deren Tempel und Bankhalle erwerbten. Also sehr genüßlich. Und das ist das Prinzip von wussten. Das ist ein Casino. Da ist Spitzwegerich und Schafgabel, Tietentischen. Zwischen Nimmweg und Arnhem, die Widerstand sehr stark noch und die Amerikaner konnten diese Brücke nicht nehmen, die haben die Schnaufbote, tagsüber sind sie überquert, quasi natürlich Skischeibe und da haben sie so rund umgegehen und an die andere Seite die Brücke eingenommen. Das war schon so, aber da war es viel zu spät, da war sie auch schon im Arnhem, hat es auch nicht geklappt und dann sind die über die Reihen, haben sie sich zurückgezogen, in einer Fähre über Fähre, so eine Kette, die haben immer Lärm gemacht, da Lärm ist hier. Das sind die Gordi, das guck. Was soll? Ja, das ist eine Kette. Der Heineken. Der Heineken. Wir haben gestern genug Sport gemacht. Ich nehme den Aufzug. Das ist gut erfunden, auch für kleine Kinder, mit Kinderwagen, aber auch mit dem Fahrräder. Ja, da kann man hochkommen. In Helgoland auch so, auf Helgoland. Ja, auch unter und oben. Das ist auch mit Fahrräder. Ja, das ist gut. Ich bin crem. Ja. Ja, gestern so viel unterwegs. Das hat gereicht. Das ist gut. 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 Das ist gut.